Der Ausgang ist ja schon fast abzusehen. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Nein! Aaaaaah, Trumpen habe ich dann am liebsten, wenn er im Kerker ist. Alle schön zusammen. Uuuu, jetzt hätte ich fast den Ausgang verpasst, Hoi. Meine Munition geht langsam gegen... Ja, ist schon so. Ja, hier ist noch einer. Okay. Wieder vorbei. Aaaaaaah. Ich brauche dich, Junge. Ich muss unbedingt Spicola kaufen. Und punche dann die Remington. Hoffentlich nimmt sie mir nicht zu viel weg, geh. Ich hörte nicht viel von dem Zeug, aber es hat durchaus seinen Nutzen. Also kommt mal mit. Hier hinten ist zu. Okay. Okay. Ja, Spicola muss ich kaufen. Ich denke, ich brauche mehr Schad. Ähm. Und noch die kaufen. Ich hoffe, sie nimmt mich nicht aus. Mal schauen. El Street kann ich nicht mehr kaufen. Es wird zu knapp. Ich hoffe, es geht. Ich habe keine Muni hier, darum. Ich will nichts riskieren. Schaut mal das an, eben. Das ist das Problem, oder? Keine Muni. Dann geht's halt nicht. Uuuuh. Ich muss unbedingt jetzt mal kaufen noch. Und dann gehe ich durch. Oh, nein. Nicht hier. Hier jumpen. Und dann aufmachen. Nein, warte mal. Komm. Das scheint mir ein guter Moment, um die Waffe zu wechseln. Komm. Jetzt muss ich nur noch den Spaghetti haben hier. Wo ist der Spaghetti? Komm. Komm, Spaghetti. Hey, komm, Spaghetti. Komm. Habe ich ihn nicht erwischt jetzt? Ich muss die weg haben. Ich habe den starken Drang, mich zu meiner grossen Präzision auf Distanz. Ich muss die weg haben. Kann ich erst bei 14 jetzt mal durch? So, trifft genau, aber... Ich muss nochmals machen. Oh, nein. Er hat uns ein Hindernis aus dem Weg geräumt. Seine destruktiven Tendenzen sind doch nicht gleich. Ja, die merken nichts mehr. Auch angesichts dieser Schrecken werde ich dich verzagen. Die merken nichts mehr. Das ist vorbei. Ja, ja. Das ist vorbei. Ich bin zu spät. Irgendwie sind zwei Fails. Also Fails. Zweimal. Hände werden mir nicht mehr zu nahe kommen. Was sollt ihr denn... Ah, Gehirnjagd. Ah, komm nicht mehr zurück. Hey, geh! Geh wieder, ey! Ah, ich hätte wechseln müssen. Sonst stört er nur. Der stört nur. Ja. Jetzt werde ich noch gefangen. Ist mir schon vielmals passiert. Bevor du fragst... Nein! Wir zittern nicht die Knie! Was ist das? Boah! 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 So viel! Scheisse! Viel zu viel! Boah! So gefährlich, ey! Du würdest mir leid tun, wenn du nicht ständig nach mir kratzen würdest! Könntest du bitte aufhören so zu schreien? So. Nein! Ach... Eine friedliche Lösung ist hier, wo wir hier sind! Da muss ich nochmals kaufen gehen. Ehhhh! Eie, ja, ja... Ich muss nochmals kaufen gehen. Das sind die Letzten, weil durchs Hexenhaus muss ich mit der gehen. Okay, jetzt gehe ich kaufen. Komm, mach, mach, schnell. Schnell, 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 schnell. So, mal schauen, wieviel das sterben. Hopp! Ja, gut. Ja, die sind noch ziemlich ganz. Dann sterben nicht alle, wenn ich darüber bin. Sonst bin ich am Arsch. Okay, jetzt muss ich nur treffen. Ich glaube, die brauchen zwei Kopfschüsse jetzt. Schneller nachladen habe ich. Gut, gut, sollte alles gut sein. Okay. Jetzt gehe ich durchs Hexenhaus. Ich muss die unbedingt punchen hier. Okay, zwölf. Die dürfen mir nicht allzu viel wegnehmen. Ich hoffe, ich schaffe es. Ja, geht. Nein, geht mit einem sogar noch. Mein Gott, wieso? Habe ich jetzt nicht getroffen, oder was? Nein! Wow, seht mir das an, ey. Sie haben mir nur etwas weggenommen. Bin ich froh, ey. Oh, kommen viele! Nein! Nein! Da sieht man mal wieder das Prinz. Sache, Wirkung. So. Zwei. Zwei, okay. Ich habe es geschafft, hey. Jetzt hätte ich es wirklich super... Äh, bin ich hier falsch gegangen. Warte mal. Wow. Ja, ich bin falsch gegangen. Ah, und richtig wieder. Ah, jetzt hätte ich natürlich zweimal punchen können. Ja, aber eben... Schade. Schade, dass ich gesackt habe. Die anderen klemmen mich noch ein, ey. Nein. Okay. Äh, wie war jetzt das wieder? Ah, warte mal. Gehe ich die ganze Länge durch hier? Nein. Ah, hier ist zu. Ja, genau. Scheisse. So, jetzt kann ich wieder drei nehmen. Also, wenn ich nicht... Ja. Wenn ich keinen Fehler gemacht hätte, würde, hätte, müsste es gehen. Jetzt kann ich nochmals... mal schauen. Ja, jetzt ist natürlich klar, dass ich durchkomme, ja. Ein Schuss und dann betreibe es weg. Ja. Ja. Ja, eben. Remington ist natürlich super, weil ich äh... Remington kaufen kann. Und jetzt habe ich auch mehr Schüsse. Okay. Jetzt versuche ich mal die Box. Hoffentlich bekomme ich eine... Schrotwaffe. Die Olympia kann ich nicht holen, weil ich nicht äh... den Brunnen zerstört habe. Nein. ...mächtige Strahlenkanone. So viel Kraft in so winziger Wochen. Erstmals gebaut gegen Ende des 20. Jahrhunderts. Aber wirklich eine sehr feine Waffe. So, so. Ah, warum? Habt ihr das gesehen? Eine... Eine weiter hinten und es wäre es geschafft. Komm, gib mir eine Schrote. Wieder keine Schrote. Ja, super. Okay, nochmals. Gut, wenn ihr es mich jetzt habt, bin ich am Arsch. Ich habe kein Geld. Oh, ich bin nicht so. Äh... Nix, die Bohne, hä? Jetzt sterben sie wen schon. 5-7 Strahlenkanone. So, eines gebanscht, zwei scheiss Tode erlitten. Einmal Messern wollen und der andere... Oh! Oh! Oh, die gehen jetzt natürlich ab. Oh, jetzt gefällt sie. Ich muss sie nur ein bisschen mehr zusammen nehmen. Ein bisschen mehr zusammen nehmen. Rein statistisch gesehen sieht es gerade nicht gut für mich aus. Doch, sieht sehr gut aus. Oh, wo muss ich runter? Ah, diesen Lauf habe ich nicht so draussen. Ah, hier kommen wieder. Ich muss hier in der Mitte runter, sonst verstehe ich den Lauf nicht. Und der muss weg. So. Oh, oh! Der ist nicht weg! Uh! Ja, wenn ich vorne schaue und sie spawnen... ...hintendurch ist nicht so intelligent. ...hinten. Oh! Nein! Geh weg! Geh weg! Nicht noch wieder! Was ist noch ein Team, oder? Was ist dort hinten gewesen? Wieso, wieso war ich dort hinten? Du hast dein Schicksal in dem Moment besiegelt, als du mich angefasst hast! Was war dort hinten? Ich weiss nicht mehr, was dort hinten war. Wieso war ich vielleicht ein Spawn von einem scheiss Zombie? Wie weiss ich nicht drücken? Geht nicht schlecht! Wie geht es? Die Räume schlaue ich die Räume auf den Moment. Ich bin da. Das ist ja nicht. Es geht auch nicht. Wie geht das? Ich bin da. Ich bin da. Wie geht das? Meine Scheiss-Mund... Hey, wo hinten rennt ihr? Seht mal das an! Hey! Scheiss-Buck! Das habe ich nie erlebt beim Black Ops... Schaut mal das an, hey! Beim Black Ops 1 habe ich es nie erlebt. Was ist das für ein Scheiss? Nein, ehrlich du, was ist das für ein Zeug hier? Die Antworten für sein Handeln übernehmen, auch du! Ich höre keine Krawler hier... Nein, ehrlich du, was sollte das, hey! Kein Wunder funktioniert das nicht so gut. Überall hängen bleiben... Oh je... Ah, warte mal... Komm Schatty, komm Schatty, nein! Komm Schattyiii! Ja, super! Eröffnungsfeuerrate aber... Das verhaltenere Sperr... ...weist weit aus... ...präzise... Puh! Puh! Oh, hinter mir... Ah, da spawnt sie... Ja, es war ein Spawn! Genau, jetzt habe ich verstanden... Das spawnt und dann habe ich ein Problem... Puh! 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 Keine Muni mehr. Finito! Wo bin ich hier eng geblieben? Ich weiss nicht mehr. Oh bei mir! Ah, viel vorbei! Gib mir Muni! Ah, jetzt kann ich wieder kaufen! 4500, jetzt kann ich wieder kaufen. 4500, das geht noch. Irgendeine! Nein, warum kommen? Eben, das ist auch mit Glück, oder? Kommen keine Executioner, kein M1216, keine S12, alle Shotgun-mässige, bekomme ich nicht. Bis jetzt. Mal schauen. Mann, die Hexen, sag ich wieder. Äh, ziemlich viele gekommen, he? Ich muss eine bessere Waffe auspacken, wenn sie kommen. Es sind zwei jetzt. Ich habe gedacht, nur eine. Aber die spawnen einem immer vor der Flinte. ... Ja gut, wenn ich nicht den Fehler gemacht hätte, würde, wäre, hätte es besser ausgesehen. ... ... ... ... ... ... ... Ich habe nicht mal die Punkte, ne? 59, ja. 59, Moment. Wo? Ich will die andere nicht wegen 2 verschwinden, du. Hier. Vielleicht bekomme ich Punkte. Ohne zu schiessen. Ja. Nichts kommt hin. Nichts kommt. Ok. Ah, muss schon gehen. Die spawnen hier wie die Wilden. Keine Sache. Ich werde einen Fluchtplan ausarbeiten. Ja, ja. Problem ist auch, wenn sie hier rauskommen. Echt jetzt? Hey, Stullinger. Siehst du die kleine 2 mit dem X? Ja, ja, ja. Das heisst doppelt so viel. Doppelt geil. Ey, wieso stirbt er nicht? Ein Ferrofon ab, das die Beste anlockt? Oh, muss weg. Äh, klar. Vielleicht schaffen wir es ja, diese Detonationen gezielt hervorzurufen. Einstakill. Ich bin bereit zum Anstrengen. Hey Mann, kommen da noch viele. Gehts noch? Hä? Ich habe erste Bombe gezündet. 17, kommen noch so viele. Bislang sind meine Methoden recht effektiv. Wow. Gut, dass du vorhin auch nicht da warst. So. Ich brauche wieder Muni. Warte, gibt es hier was? Nein, immer noch nichts. 10 Schüsse. Uh, die hat es super. Super. Super geflasht. Es ist schon schwierig jedes Mal Headshot zu geben da. Mach keinen Scheiss jetzt hier hinten. Was? Oh, das sind Langsame hier. Wow. Warte, ich muss noch den anderen killen. Okay. Seht mal wie nah, dass ich gehen muss. Statistisch gesehen sieht es gerade. Oh, weg. Was? Die Messer mich noch halb und so nah muss ich gehen. Haha. Nein, ehrlich. Was für ein Quark. Jetzt habe ich wieder keine Muni. Gut, habe ich 4.500 wieder geschafft. Uh. Was ist das? Oh, was ist das? Auch angesichts dieser Schrecken werde ich nicht verzagen. Sondern Gondolaccia fragen. Okay. Was ist das? Uh. Nice. Very nice. Wäre es falsch zu hoffen, dass Misty mich retten kommt? Ja, das wäre falsch. Hahaha. Sonst geht es. Noch näher oder was? Noch näher. 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 Noch näher. Ja, ich muss so nah. Dass sie mir eins wischen können. Uh, ein bisschen nah. Es gibt zahllose mögliche Enden. Allerdings gefallen mir einige mehr als andere. Ah. Jetzt ist es halt ein Remington-Spiel bis jetzt. Uh, nice. Jetzt mal wieder das Prinzip. Ursache, Wirkung. Diese Begegnung war viel unheimlicher, als ich mir gewünscht habe. Ja, geil. Äh, warte mal. Ahhhh. Ja, aber ich würde mal behaupten, dass ich damit bestens für alles gewappnet bin. Ja, ich muss die zusammen nehmen. Ich muss die... Ich kann nicht einzeln erschiessen. Hahaha. Einzelne Zobi erschiessen kann ich nicht. Die langsamen muss ich weghaben. Oh, der langsame dort. Das ist auch keine langsame. Nein! Triff! Wo ist er? Okay. Oh, wieso gibt es einen Krawler? Geht es noch? Ich habe die Granate beim Jogger hinten geschmissen. Was ist los? Scheisse! Das tut mir richtig weh. Kipp! Ich brauche unbedingt eine andere Waffe. Wäre das nicht? Uuuuh! Das ist nicht gut. Uuuuh! Schon wieder hängen geblieben. Aber es spawnt ja niemand. Ja, hier diese Ware. Manchmal bleibt man hängen. Jetzt habe ich wieder keine Moni. Der Ausgang ist ja schon fast ab. Boah! Das Baden. Ja, schon wieder keine Moni. Und ich habe keine Schatte. Ja! Ja, das gibt's, hä? Sie spawnen immer noch. Wie schön! Ah! Das ist mein Fail gewesen mit Treffen. Warte, ich muss den aber noch haben. Ja. Nein! Geht's noch? Uua! Noch vier. Schade. Ja, noch. Was soll's? Das läuft so gut, dass eigentlich nichts mehr schief gehen kann! 11.000. Die ist sogar noch stärker als die! Die scheiss Shotgun, hey! Wäre es falsch zu offen, dass Misty mich retten kann? Meine Primärwaffe ist leer! Ja, ich weiss. Sekundär! Na! Na! Na, na, na! Wenn ich nur eine... So nützt mir nichts rüber gehen! Die ist schon gebanscht. Ich habe keine Schrotflinte. Ja. Ja. Vielleicht sollte ich es an diesem Punkt mit meiner anderen Waffe versuchen! Ja, ja. Irgendwie. Nein! Ah! Nochmals. Ai, ai, ai. Oh je. Es nützt mir nichts rüber zu gehen. Keine Schatte gibt's. Jetzt gehe ich mal zuerst kaufen, dann weiss ich auch wieviel ich ausgeben kann. Sonst kann ich auf einmal nicht mehr kaufen. Ups. So, jetzt habe ich es raus. Oh, endlich! Ja, es ist eben so, ich habe... Es ist eben ein bisschen zu hell jetzt geworden. Moment. ... Vielen Dank.